So Leute, was geht auf, die Thomas Philips Artikel haben wir heute zum Züngen, exklusiv. Hier haben wir die Barbie Boys, die Barbie Boys, die Purple Haze und natürlich auch ein paar Startrad Artikel, die werden wir jetzt hier testen. Gucken mal, ob hier, wie sind es hier angekriegt worden, auch hier in Deutschland jetzt schon. Keine Exportwahl, das sind und ansonsten seht ihr die Aller, der Thomas Philips macht die Zeit um zu eröffnen. Los geht's zum Züngen. So Tiger King von Albert, willst du das oben noch abreißen, Schnee? Das ist ein heftiger Aufgang. Alter. Alter. Alter, das ist so kalt. Ja. So, ja, Barbie Boy. So, ich kann's do it. So, ich kann's do it. Alter, Junge. Ja, ok. Extrem. Terror. Hier, guck mal. Deswegen sag ich, du musst ihn umbiegen, weil jetzt die Schüsse, die tief kamen, die kommen hier dagegen und dann taumeln die. Deswegen musst du das immer, wenn du die Suche so einklemmen. In deinem Video kannst du das vielleicht auch noch kurz einmal zeigen. Purple Haze. Purple Haze. Vielen Dank. Junge!